Oh, mein dummer Wecker. Leute, es ist Aufstehzeit. Ich muss gleich in die Schule. Oh man, ich hab echt gar keine Lust. Denn, wisst ihr was, Leute? Ich muss erstmal ganz kurz hier meine Bücher mitnehmen. Die darf ich nicht vergessen. Denn ich brauch die gleich. Denn wir schreiben einfach einen Mathe-Test. Und ich hab gar keine Lust. Denn ich bin gar nicht gut in Mathe, Leute. Äh, was ist das denn? Habt ihr das auch gesehen? Ein pinkes Auto? Hä, ich kenn diese Person gar nicht. Sie hat Koffer dabei. Ist das ein Mädchen? Warte mal. Das ist eine neue Nachbarin. Ich kenn die gar nicht, Leute. Ich glaub, die ist neu eingezogen. Was? Ein Mädchen? In meiner Nachbarschaft? Die wohnt ja direkt neben mir. Oh, ich wollt schon immer eine. Eine Frau. Also, ich muss jetzt zur Schule gehen, Leute. Leute, ich bin jetzt endlich bei der Schule. Warte mal. Nein, ist das etwa, das wettet aus der Nachbarschaft? Sie geht auch auf meine Schule. Warum bist du zu spät? Ähm, ich hatte... Ich... Ich hatte... Ähm... Mein Bus kam zu spät. Äh, tut mir leid, Herr Lehrer. Ich... Ich setz mich... Ich... Ich setz mich sofort... Hier vorne ist der Unterricht. Äh, ja, ich... Ich setz mich doch schon hin. Das soll nicht nochmal vorkommen. Äh... Habst du denn für den Mathe-Test geübt? Für den Mathe-Test? Äh, na... Die ganze Sache war alles falsch. Falsch. Hallo? Hallo? Kann ich dir irgendwie helfen? Äh, äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh, nein. Ich... Ich, äh... Ich wollt grad, äh, zu... Zu mir nach Hause. Äh, du... Du wohnst wohl hier? Ja, wir sind heute hier eingezogen. Das ist ein schönes Haus. Äh, ja, sieht wirklich toll aus. Ich... Oh, nein! Was war das? Meine Lieblingsblumen! Der doofe Hund hat meine Blumen kaputt gemacht. Leute, oh, nein. Das waren Ihre Lieblingsblumen. Ihr Hund hat die Blumen gegessen. Aber warte mal. Das ist doch die perfekte Gelegenheit. Ich... Ich besorg ihr einfach neue Blumen. Und schenke ihr die. Dann kann ich alles wieder gut machen. Das ist eine richtig gute Idee. Oh, ich muss sofort nach Hause. Ich leg schnell meine Bücher in den Schrank. Und dann... Dann ruhig neue Blumen, Leute. Und... Oh. Oh. Ich... Ich hab geklingelt. Oh. Bitte, bitte macht jemand... Ich komme! Du bist doch der komische Junge aus der Schule. Äh... Ja, aber ich... Ich hab gesehen, dein... Dein Hund vorhin. Und deshalb hab ich dir hier... Hier... Deine Lieblingsblumen. Besuch. Das ist ein Rosenstrauß. Nur für dich. Oh, danke. Hier. Magst du ihn haben? Bitte schön. Komm rein. Ich darf reinkommen, Leute. Wow. Perfekt. Äh... Schön sieht es hier aus. Wow. Ich bringe die Blumen kurz in den Wasser. Äh... Mach das. Oh. Leute. Ich bin in ihrem Haus. Das läuft perfekt. Oh. Ich... Ich setz mich jetzt hier hin. Wartet. Ähm... Ja, also... Ähm... Das, was heute... Heute in der Schule passiert ist, das... Äh... Ich wollte mich entschuldigen. Das war... War echt keine Absicht. Ach, das kann jedem mal passieren. Also, ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ein Keks? Für... Für mich? Natürlich. Äh... Gerne. Oh, bitte. Ich liebe Kekse. Wow. Nur für mich? Nur für dich. Wow. Der Keks war echt der Hammer. Hat er dir geschmeckt? Oh, ja. Der war richtig lecker. Äh... Äh... Dankeschön. Ah. Darf ich denn jetzt fragen, wie... Wie du... Wie du heißt? Mein Name ist Hannah. Ich wohne hier mit meinem Vater, aber der ist oft arbeitend. Hannah. Das ist ein schöner Name. Also, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen, Hannah. Aber ich... Ich will dich gar nicht weiter stören. Ich... Ich gehe jetzt nach Hause. Was kannst du nicht machen? Hast du mal rausgeschaut? Das ist zart und duster. Äh... Oh. Du hast hier recht. Was passiert, wenn du dein Tür fährst? Äh... Ja... Das könnte ich mir nie verzeihen. Ähm... Ja, also... Aber ich... Ich muss nach Hause. Ich meine, ich bin echt müde. Weißt du? Du kannst bei mir schlafen. Wir haben ein Gästezimmer. Komm mit. Hä? Mein... Hä? Ich darf bei ihr schlafen? Was, Leute? Wow! Oh... Ähm... Ist das wirklich in Ordnung für dich? Hanna? Komm jetzt hoch und stell dir so viele Fragen. Äh... Okay, also... Äh... 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 Ich... Hier darf ich also schlafen? Ich hab noch keine Zeit, das Herz zu riechen, aber da ist es dein Reich, solange du hier bist. Oh, äh... Danke... Äh... Schön, Hanna. Äh... Äh... Wir... Wir sehen uns dann... Äh... M... Morgen. Kann ich dir noch was bringen? Noch Kekse oder sowas? Ah... Nein, danke. Ich... Ich... Äh... Ich... Leg mich jetzt schlafen. Bis morgen. Schlaf gut. Gute Nacht. Es ist morgen. Aufstehen! Guten Morgen. Äh... 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 Was... Was machst du hier, Hanna? Ich dachte, ich fick dich, weil wir haben schon voll spät. Ah, doch, fass an. Äh... Äh... Ja, ich... Äh... Ich... Ich hab mit... Äh... Anziehsachen geschlafen. Aber warum hast du mich denn geweckt? Ich war voll... Voll... Voll tief am Schlafen, Hanna. Hier vorne ist eine Strandparty. Alle sind eingeladen. Freie Eintritt. Gratis-Getränke. Und tolle Musik. Strandparty? Ja, und ich wollte unbedingt mit dir hingehen, weil ich dachte, wenn du schon hier schlafen hast, das Zimmer ist jetzt nicht so toll, dann lade ich dich vielleicht ein. Äh... Ha? Du willst mit... Mit mir... Mit mir zu einer Party gehen? Mit... Mit mir zu einer Party? Äh... Äh... Ja, ich... Ich bin dabei, Hanna. Wo... Wo ist denn die Party? Die ist unten am Strand. In 10 Minuten geht's los. Mach dich schon mal fertig. Äh... Nicht ein echt warmer Sommertag. Oh... Oh... Wirklich cool. Hier ist richtig Action. Hast du Lust, uns was zu trinken zu holen? Oder ein Eis? Äh... Würdest du etwa ein Eis haben? Das wär echt toll. Bei dem Wetter... Äh... Oh... Oh... Oh, ich hab nicht so viel Geld dabei, Leute. Oh, Mann. Ich hab das voll vergessen. Ähm... Äh... Eis-Cream. Ähm... Entschuldigen Sie. Äh... Ich hätte... Äh... Vier Emirates kostet ein Eis? Oh... So viel hab ich doch gar nicht, Leute. Oh... Ich muss jetzt irgendwo hier Emirates besorgen. Wie lange brauchst du? Äh... Äh... Ich... Ich komm gleich. Äh... Oh... Ich muss jetzt irgendwo hier Emirates bekommen. Äh... Vielleicht haben die hier ja... Oh... Oh... Oh, das merkt niemand. Äh... Komm schon. Oh... Das hab ich nie gemacht, Leute. Ich klau's uns eigentlich nicht, aber... Oh... Oh, nein. Wo... Wo ist Hannah hin? Oh, nein. Hannah? Oh, nein. Sie ist schon weggegangen. Oh, ich brauch schnell das Eis. Äh... Vier Emirates. Äh... Hier. Vier Stück. Oh... Oh... Da ist das Eis. Klaues Eis. Oh... Äh... Hannah? Ich... Ich... Ich hab uns ein... Ein Eis geholt. Hannah? Oh, nein. Sie... Sie ist da nicht wirklich nach Hause gegangen, weil ich... Kein Eis... Hannah? Hä? Ha... Hannah? Hier bin ich. Äh... Wo? Hinter dir. Ich hab mich ein bisschen gesund. Äh... Gesund. Oh... Ja, du bist schon echt braun geworden. Schau mal hier. Ich hab dir ein Eis besorgt. Bitte schön. Oh, danke. Äh... Das ist nett von dir. Äh... Ja, du... Äh... Ich hoffe, dir schmeckt dein Eis. Das ist voll lecker. Äh... Ja, ich wusste, du wirst es mögen. Ähm... Äh... Oh mein Gott. Ich liebe dieses Lied. Wollen wir tanzen? Äh... Oh, ich... Ich hör's auch. Oh, Leute. Ich bin nicht so gut im Tanzen. Was soll ich machen? Könnt ihr alle jetzt innerhalb der nächsten drei Sekunden abonnieren? Dann... Dann tanze ich besser. Kommt schon. Drei... Zwei... Eins... Oh, danke schön, Leute. Okay, ich schaff das. Ähm... Ja, komm, lass uns tanzen, Hannah. Äh... Oh, oh, ich... Das wird eine Blamage, Leute. Oh... Oh... Ja, wow. Voll die coole Musik, Mann. Oh... 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 Voll cool, Mann. Aha. Du bist so sehr guter Tänzer. Oh, danke, Mann. Ich... Ich weiß... Äh... Äh... Was? Die ganzen Leute gucken dich schon an. Äh... Ja. Oh, nein, ich glaube, die sind sauer, weil ich die Emeralds geklaut habe. Oh, oh. Äh... Hannah, findest du nicht, wir sollten vielleicht langsam... Äh... Aha, äh... Na, 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 nach Hause gehen? Jetzt schon, wir sind doch gerade erst gekommen. Äh... Ja, aber... Boah, ich mag das Lied voll. Äh... Ja, das, äh... Das Lied ist wirklich... Wirklich gut, das Lied. Äh... Hannah? Ja? Äh... Lumi! Äh... Was war das? Äh, das, äh... Das war nur meine... Äh, mein Telefon. Äh, ich, äh... Ich hab mir ein, äh... Neues, äh... Handy gekauft, Hannah. Das neue iPhone... Boah! Sechzehn. Ja, ja, ja. Zeit mal! Äh... Ja, so sieht das aus. Siehst du, man hat ein paar Knöpfe. Das ist aber auch gar nicht, äh, weiter interessant. Leute, Leute. Ich hab ne coole Idee, wie wir sie als allererstes pranken werden. Und zwar hier. Schaut mal. Ich hab mir schon etwas vorbereitet. Oh, ich hoffe, sie sieht das nicht. Wir nehmen jetzt einen Amboss, Leute. Dann hab ich hier ein Buch mit der Verzauberung Fluch des Verschwindens. Und wenn wir uns jetzt die Diamanten und das Buch nehmen, können wir die Diamanten verzaubern. Zack! Okay. Und jetzt schnell die Beweise vernichten. So, und jetzt haben wir verzauberte Diamanten mit Fluch des Verschwindens. Wenn Hannah die einsammelt, werden die sie später in Luft auflösen. Ähm, Hannah! Äh, weißt du? Ich hab heute eigentlich keine Zeit, äh, ja, um Diamanten zu sammeln. Äh, und, äh, ja, deshalb hab ich mir gedacht, wie wär's, wenn ich dir einfach ein, ähm, ein paar von meinen Diamanten gebe. Wow, die leuchten voll. Ja, hier. Du kannst alle haben, Hannah. Nimm sie ruhig. Jedes Stück. Ich geb sie dir alle. Oh, ich wünsch dir wirklich ganz, ganz viel Spaß damit. Danke, Lumi. Ähm, ja, bis später. Oh, Mann, Leute, das wird so cool. Die werden sich gleich in Luft auflösen. Wir müssen nur warten, bis es soweit ist. Deshalb machen wir jetzt ein geheimes Portal. Ich würde sagen, wir öffnen das hier hinter dem Baum einmal. Zack. So, das Portal steht. So, jetzt müssen wir noch gucken, da ist Hannah. Sie läuft zu ihrem Haus. Das heißt, wir werden das Portal, äh, da oben platzieren. Und zack. Okay. Ich hoffe, das hat funktioniert, Leute. So, jetzt schaut euch das an. Es hat funktioniert. Oh, da ist, da ist Hannah. Sie läuft gerade die Treppen runter, wartet. Und zack, jetzt bin ich hier oben. Jetzt müssen wir Hannah nur beobachten, was sie mit ihren Diamanten macht. Schaut mal. Hä? Meine ganzen Diamanten sind weg. Es hat funktioniert, Leute. Unser Break ist aufgegangen. Ha. Ähm. Oh, ich hoffe, sie ist jetzt nicht traurig. Mann, wo sind die? Die habe ich doch von Lumi. Och, Mann. Und jetzt kommt direkt der nächste super coole Prank. Und dafür hauen wir diesen magischen Stab, Leute. Denn ihr seht unten links, damit habe ich richtig coole Fähigkeiten. Und ich werde jetzt einfach einen richtig großen Felsbrocken hier runterrollen lassen. Komm schon, Felsbrocken beschwören. Und zack. Oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Oh, Leute. Es hat funktioniert. Wir haben Hannah geprankt. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Prank. Und zwar gerade, wenn es passend dunkel wird, ist es der perfekte Zeitpunkt, um vielleicht bei Hannah eins zu brechen und die ein oder anderen wertvollen Sachen von ihr zu klauen. Das machen wir super einfach, indem wir einfach eine geheime Unsichtbarkeitspauschen trinken. 3, 2, 1 und... Kluck, 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 kluck. Und schwupps. Schon bin ich unsichtbar. Jetzt schleiche ich mich einfach zu Hannah rein und klaue ihr ein paar Sachen. Schnell rein ins Haus. Oh, okay. Ganz leise jetzt. Wir müssen in einer ihrer Kisten. Wisst ihr was, Leute? Wir nehmen die Kiste einfach gleich mit. Oh nein, Leute. Guckt euch das an. Die schwebt jetzt einfach. Oh, 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 oh. Ähm. Hä? Darum schwebt... Hä? Kisten können nicht schweben. Nichts viel weg, Leute. Schnell. Hey, warte. Meine Kiste. Kiste. Oh, Leute. Wir schweben einfach erst eine Kiste. Upsi. Tut mir leid, Hannah. Ich bin's nicht. Keine Ahnung, warum deine Kiste fliegen kann. Nee, Leute. Geh jetzt zu Lumi. Es reicht mir. Blöde Kiste. Nein, ich bin noch gar nicht zu Hause. Das merkt sie sonst. Wir müssen was unternehmen, Leute. Plan B. Oh nein. Warte. Wir brauchen meinen Zauberstab. Komm schon. Wo bist du? Tornado. Oh nein. Ah. Oh, Leute. Der Tornado hat Hannah einfach komplett weggeweht. Oh, das ist unsere Chance jetzt. Nichts wie nach Hause. Oh, Hannah. Es ist dunkel. Es ist spät. Wer hat dich denn veräppelt, dass du so spät zu mir kommst? Ich bin auch müde. Ich brauche auch meinen Schlaf. Was hast du denn, Hannah? Mein Beaken wird mir geklaut. Dein Beaken? Wie das denn? Und dann kam ein Tornado. Ein Tornado? Das hat mich geschubst. Geschubst, Hannah. Ich glaube, du hast schlecht geträumt. Vielleicht solltest du dich lieber wieder schlafen legen. Es ist schon sehr, sehr spät. Oh, Leute. Sie meint, sie werden in den Wald gehen. Das ist unsere perfekte Chance. Für den Prank Nummer drei. Leute, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Wartet. Ich öffne mein Morphgerät. Und zack. Ihr seht, ich habe richtig große, viele Monster. Ich werde mich jetzt einfach in einen Mutantenzombie verwandeln. Und damit werden wir Hannah erschrecken. Wenn euch das gefällt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Leute, das wird der absolute Wahnsinn. Hilfe! Ich bin ein Monster und ich werde dich essen. Ich schmuck gar nicht. Aua! Oh Mann, das funktioniert super, Leute. Aua! Lumi, Hilfe! Nein, sie ruft mich, Leute. Oh nein, wartet. Rückzug! Lecker, lecker. Ich brauche Essen. Oh, Hannah. Was machst du denn hier draußen? Zombie, da war gerade ein riesiger Zombie und der wollte mich essen. Es ist Mitternacht. Du erzählst irgendwas von Zombies. Was machst du hier draußen, Hannah? Ich wollte mir einen Beacon suchen. Einen Beacon? Ach Mann, hättest du das mal mit mir gemeinsam gemacht. Siehst du, jetzt ist hier noch irgendetwas zugestoßen. Oh Mann. Aber du wolltest nicht mitkommen. Ich hab dich doch gefragt. Ähm, ja, also, ähm, vielleicht, äh, sollten wir wieder nach Hause gehen. Es ist echt spät, Hannah. Außerdem, ich glaub, die Sonne geht schon wieder auf. Wir haben eine komplette Nacht durchgemacht. Komm schon, lass uns nach Hause gehen, Hannah. Glaub mir, zu Hause wird alles wieder gut, ja? Okay. Hannah ist irgendwo noch hinten. Die Zeit müssen wir nutzen. Ich muss noch den nächsten Prank vorbereiten, Leute. Und zwar werde ich an Hannahs Haus einfach Kameras platzieren, damit ich gleich sehe, wenn sie kommt. Und dann werde ich einen riesengroßen Meteoriten auf ihr Haus pfeffern lassen. Aber dafür müssen wir erstmal eine Kamera platzieren. So, zack, perfekt. Und verbinden. Und jetzt kann ich hier in die Kamera gucken und sehe immer, wann Hannah zu Hause ist. Oder wann sie gerade nach Hause kommt. Oh, das ist der perfekte Zeitpunkt für den nächsten Prank. Es wird so super fantastisch, Leute. Ich höre sie durch die Kamera. Seht ihr ihr Name, Leute? Sie ist oben im Dachgeschoss. Das ist perfekt für den Prank. Denn jetzt heißt es Showtime. Und Meteoriten werden vom Himmel fallen. Oh, das wird so cool, Leute. Und bereitet euch darauf vor. Das wird der Hammer. Wir müssen uns nur ein wenig zu ihr Haus schleichen. Okay, okay, Leute. Aber bitte verratet ihr nicht, dass ich das war. Sonst wird sie richtig sauer auf mich. Leute, seid ihr bereit für den Meteoriten? Okay, Achtung. Und Meteorit kommt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Achtung. Heiliger Bim Bam. Was war das denn? Oh, Leute. Ihr halbes Haus ist kaputt gegangen. Oh, mein Gott. Mein Dach ist kaputt. Ähm, warte mal, Hannah. Was ist denn hier so laut? Hier hat sie ja richtig gedonnert. Oh, Achtung. Das sieht ja echt nicht gut aus. Hast du dir schon die Hinterseite des Hauses angeschaut, Hannah? Ist da auch alles in Ordnung? Gute Idee. Guck und fach. Oh, direkt nochmal. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, nein. Hannah. Oh, nein, Hannah. Ein Haus drin. Dein Haus hat Funken gefangen. Es fängt alles an zu fackeln. Oh, du arme Hannah. Aber wo soll ich jetzt wohnen? Ähm, wie wäre es, wenn du... Ähm, du kannst... Da oben, äh, im Wald schlafen. Aber da sind doch Monster. Äh, stimmt. Da hast du auch wieder recht. Aber dein Haus ist hinüber. Es scheint so, als wären da irgendwie Meteoriten oder sowas eingeschlagen. Echt merkwürdig, oder? Ja, aber es ist gemein. Äh, oh, weia. Leute, was machen wir nur mit Hannah? Hm, vielleicht wäre es gut, wenn wir den letzten Prank vollenden. Leute. Und dafür habe ich mir was Besonderes überlegt. Aber wartet ab. Ähm, ja, Hannah. Ich muss jetzt auch los. Ich würde sagen, wir sehen uns heute, äh, heute, heute Nachmittag. Ich, äh, muss noch für die, äh, äh, Schule lernen. Wir sehen uns später. Okay, dann schlafe ich bei Schleimi. Hannah, hahaha. Du wirst jetzt mitkommen. Du bist jetzt meine Gefangene. Oh, Leute, es hat funktioniert. Ich habe Hannah einfach gefangen. Wie gefällt es dir, ha? Gar nicht. Mach mich wieder los, Lilly. Nein, Leute. Denn ich werde mich jetzt in eine Fledermaus verwandeln. Und jetzt heißt es abheben. Oh, Leute. Hilfe. Wie cool. Leute, ich habe sie. Oh. Schreie. Ich darf meine Fledermausen führen. Bitte, Hilfe. Leute, ich werde sie jetzt hier runterwerfen ins Wasser. Ich will das nicht. Und abwerfen. Ah. Oh, Mann. Es hat hervorragend funktioniert. Oh. Ich glaube, sie ist untergegangen. Upsi. Und da bin ich. Oh, 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 ah. Oh, oh, was? Was hast du bekommen? Was ist deine Aufgabe? Komm, sag schon, Brexit. Oh, nein. Das kann ich nicht vorlesen. Äh, doch. Wir wollen jetzt wissen, was du für eine Aufgabe bekommen hast. Mach schon, mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. Du musst uns das sagen. Genau. Hier steht drauf, bist du verliebt in irgendjemanden? Verliebt? Oh, oh. Verliebt? Aber... Brexie? Brexie, du hast uns gar nichts gesagt. In wem bist du verliebt, Brexie? Da steht nur, ob ich in jemandem verliebt bin. Da steht nicht, dass ich sagen soll, in wen. Okay. Aber ich will wissen, bist du in eine Person verliebt, die in diesem Raum ist? Oh, er liebt Scheiben. Brexie. Wir sollen die Wahrheit sagen. Ich bin kein Lügner. Der Nächste ist dran. Oh, ich kann es nicht glauben, Leute. Wisst ihr, in wem Brexie verliebt ist? Sven, ja, schreibt es in die Kommentare. Oh, seid ihr bereit? Ja. Ja, wir sind bereit. Komm schon, drück drauf. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Oh, oh nein. Was steht da drauf? Ähm, ich hab noch was zu Hause, Jungs. Wir sehen uns später, ja? Steht nicht. Du bleibst hier. Du sagst uns jetzt deine Aufgabe. Komm schon, was ist deine Aufgabe? Sag schon, Schleimi. Was hast du für eine Aufgabe? Was steht da drauf? Sag schon. Bei mir auf dem Zettel ist drauf, ob ich schon mal an Minecraft gecheatet hab. Aber was machen wir böse, Leute? Hast du? Hast du? Hast du? Sag die Wahrheit. Hast uns schon mal gecheatet? Ich wusste, woher hast du sonst so viele Diamanten immer? Das ist, äh, sagen. Leute, nein, nein, nein. Das war, das war nur einmal. Einmal wirklich, nur einmal wirklich. Oh, oh. Das ist, oh, ist ja eklig. Du bist richtig schleimig, schleimig. Möchte jemand Diamanten von mir? Ja. Ja, jetzt kommt ihr alle. Nö. So, ich setz mich hin. Oh, blöd, Mann. Oh, sie nimmt Pflicht. Oh, 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 okay. Sie traut sich mehr als ihr. Das kann ich aber nicht. Ah, warte, was steht drauf? Sag schon. Anna, du musst die Aufgabe jetzt machen. Wir haben auch alle unsere Aufgaben gemacht. Jetzt sag schon. Was musst du machen? Okay. Sag schon. In Badekleidung durch die Stadt laufen. Guck mal, Leute. Sie läuft. Sie läuft durch die ganze Stadt. In Badeklamotten. Wie peinlich. Komm, Anna, du bist fertig. Komm schnell nach Hause. Ja, das war viel zu kurz. Noch eine Runde. Hä, Odi, jetzt reicht aber auch. Komm schon. Lass uns wieder reingehen. Ich nehme Wahrheit. Wahrheit? Ja, dann musst du auf den Knopf drücken. Ja, okay. Drück drauf. Drück drauf. Drück drauf. Ich habe Angst, Leute. Darf ich aussteigen? Leute, Leute, Leute. Was reimt sich auf Odi? Blödi. Hey, was ist denn mit? Okay, ich drück drauf, Leute. Komm schon. Was hast du für eine Aufgabe? Sag schon, was musst du uns verraten? Oh, ich will nicht. Lies vor. Sag es, sag es. Ja, okay. Ihr steht drauf. Hast du schon mal bei deinen Freunden geklaut? Jetzt kommt die Wahrheit raus. Aber nein, Odi würde sowas niemals machen. Doch, habe ich. Hä? Endlich ist es raus. Bei wem? Bei wem? Ich habe bei Brackstie Bananen geklaut. Ich habe bei Brackstie Schleim geklaut. Und bei Hanna habe ich vorhin Kaugummis geklaut. Er ist ein Clown. Ein Dieb. Es war nicht so gemeint. Entschuldigung. Ja, ich mag Odi. Ich verzeih dir, Odi. Jeder darf mal einen Fehler machen. Aber es sollte nur einer bleiben, okay? Okay, okay. Ich mache es nie wieder versprochen, Leute. Ah, also Odi. Wir vergessen die Frage einfach, okay? Okay, danke schön. Was nimmst du, Brackstie? Wahrheit oder Pflicht? Oh, ich glaube, ich nehme Pflicht. Dann nehme schon. Komm schon. Drück drauf auf den Knopf, Brackstie. Ich traue mich aber nicht, Lumi, Mann. Mach schon, mach schon, mach schon. Kleine, du bist du für mich drauf. Nein, du bist. Was ist die Aufgabe? Lies vor, Brackstie. Oh nein, das kann ich nicht machen, Jungs. Lies vor. Hier steht, ich soll Odis Aufgabe machen. Was war Odis Aufgabe? Ich weiß es nicht mehr. Leute, wisst ihr es? Könnt ihr es in die Kommentare schreiben? Ich habe es vergessen. Stimmt, warte mal. Sollte Odi nicht seine Ex-Freundin anrufen, oder? Ja. Glaube schon. Ruf an. Ich soll dir aber nicht anrufen, bitte. Ruf an. Ruf an. Ruf an. Okay, okay, okay. Tut mir leid. Ich rufe an. Hä? Hä, Schleimi? Hörst du das? Irgendwas klingelt? Ich klingelte ein Telefon. Hä? Warum klingelt das hier in diesem Raum? Warte mal, was ist... Ich klingelte nichts. Warte mal, Annas Hosentasche. Irgendwas hat da gerade vibriert. Warte mal, willst du mir was sagen? Warte, was? Es ist eine lange Geschichte, Lumi. Wie, warte ich? Warte mal, Anna, war das dein Telefon? Ähm, nein. Hä? Das war Hannas Telefon. Braxy. Ja? Warte mal, ist das ein Missverständnis, oder warte, was geht hier vor sich? Warum hat Hannas Telefon... War das dein Telefon? Sei ehrlich, Hanna. Ja, okay, das war mein Telefon. Braxy! Na warte, Braxy, du wirst schon sehen, was du davon hast. Okay, du wählst jetzt die nächste Person aus, Braxy, mach schon. Seid ihr ready? Ja! Wir sind bereit. Und so. Und... Oha! Was steht drauf? Lies vor, lies vor. Okay, was ist die Aufgabe? Sag schon, du hast Wahrheit genommen, Schleimi. Schleimi, was musst du uns verraten? Ach, das Ding ist, das kann ich euch eigentlich vom Ding nicht sagen. Ja, du musst uns das aber sagen. Du musst. Das ist die Aufgabe. Du hast doch gesehen, was mit ihm passiert ist. Schleimi! Hä? Hä? Was? Oh nein. Was ist passiert? Nein, er... Wo ist Schleimi? Er ist... Er ist... Es regnet schon wieder. Er ist... Oh nein. Nein, nicht dasselbe. Schleimi? Schleimi! Oh nein, sag nicht, er ist jetzt auch verschwundene. Oh doch. Ich hab doch... Ich hab doch gesagt, ihr müsst die Aufgaben machen. Oh nein. Jetzt ist Schleimi auch noch weg. Wir sind nur noch zu dritt. Was ist die Aufgabe? Ich muss dir was gestehen, Lumi. Hä? Sag schon, wie lautet die Aufgabe? Ähm, hast du in diesem Spiel gelogen? Hä? Oh! Sag schon, hast du in dem Spiel gelogen, Hannah? Ja. Hannah? Es tut mir leid. Du hast gelogen? Wobei hast du gelogen? Ähm, ähm, das sag ich nicht. Du musst es sagen. Nein, das stand da nicht drauf. Oh Mann, ich dachte, wir sind immer ehrlich zueinander. Ich geh jetzt erstmal nach Hause. Ich hoffe, es gibt was Leckeres zu essen. Ich hab mega Hunger auf Lasagne. Weil ich liebe Lasagne einfach über alles. Aber ansonsten, ich, ich muss euch was sagen. Ich bin richtig traurig in letzter Zeit, weil meine, meine Freundin Hannah meldet sich gar nicht mehr bei mir. Seit zwei oder drei Wochen antwortet sie mich nicht mehr. Und sie ruft mich auch nicht mehr an. Und, und schickt mir auch keine Briefe mehr. So wie es aussieht, hat Lumi keine Freundin mehr. Oh Mann, oh. Und irgendwie, in der Schule haben wir mal alleine eine Freundin. Das ist aber voll eklig. Weil, die machen da immer so komische... So, komische... Ey, was zur... Was zur Hölle macht ihr da? Hallo? Das ist ja eklig. Ihr seid hier mitten auf der Straße. Oh, okay. Entschuldigung. Mann, ich sag ja. Ja, überall in der Schule. Alle knutschen die immer. Das ist voll eklig. Aber ich hätte auch gern wieder eine Freundin. Egal, ich gehe jetzt nach Hause. Denn da... Sag mal, was zur... Nein, das gibt es doch nicht schon wieder. Das sind wieder welche auf der Straße und... Oh, das ist mein Freund. Huh? Das ist einer von meinen Klassenkameraden. Ey, was... Ey, das ist eklig. Ich geh die knutschen einfach. Mach das doch nicht mitten auf der Straße. Mach das zu Hause oder so. Oh, das ist echt eklig, Mann. Die machen das einfach immer überall. Huh? Äh... Sag mal, was zur... Was guckst du mich denn jetzt so an und... Huh? Warum ist da ein Herz mitten auf der Straße? Sag mal, seid ihr nicht mehr ganz sauber hier? Warum sind überall in der Stadt auf einmal Jungs und Mädchen? Warum haben die beide eine Freundin? Mann. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Vier aus der... Aus der 2B. Die ist mega hübsch. Aber... Aber Leo ist mit ihr zusammen. Leo, weißt du was? Dich mag sowieso keiner. Esst von mir aus weit teuren Kuchen. Der ist sowieso voll langweilig. Ha! Hehe! Oh, jetzt aber nichts wie ab na... Ab na... Hm, warte mal. Warum... Wer spielt hier Gitarre jetzt auf einmal? Hallo? Was zur... Was zur Hölle geht dir vor... Huh? Das ist... Das ist Felix aus der 2C. Und... Das ist auch irgendein Mädchen. Warum spielst du Gitarre? Das ist vor meinem Hausmann. Mach dich weg hier. Oh Mann. Die haben auch so ein Picknick hier aufgebaut. Man, alle haben eine Freundin. Und nur ich nicht. Aber... Was zur Hölle ist das denn hier? Hier ist ja gar nichts außer irgendwie Laub. Das ist ja voll langweilig. Hilfe! Huh? Warte mal. Bruder, hilf mir bitte. Ich bin gefangen. Warte mal. Freunde? Habt ihr das auch gerade gehört, oder bin ich blöd? Hier, Trems. Hier, befiehst du mich nicht. Ich werde blättern. Hinter den Blättern? Hinter welchen Blättern denn? Huh? Also, ich... Ich dachte, hier ist eigentlich so ein Mädchen... Warte mal. Mädchenladen. Aber hier ist nur... Nur Laub. Hallo, ist da jemand? Hier, ich bin hier gefangen. Hinter den Blättern. Kannst du mir nicht veröffentlichen? Bitte, bitte, bitte. Warte mal, was, Zölle? Da bewegt sich doch jemand. Warte mal. Dankeschön. Siehst du mich? Ich bin hier gefangen. Warte mal, was zur Hölle machst du da drin? Komm doch raus. Du kannst doch hier rauslaufen. Komm doch einfach. Nein, ich bin eingesperrt. Hier war irgend so ein böser Mann. Der hat mich hier reingelottet und seitdem komme ich hier nicht mehr raus. Stimmt, hier ist Klaas, Freunde. Oh Mann, wir müssen dich hier rausholen. Wie konnte das nur passieren? Ich weiß auch nicht. Das war irgend so ein komischer, böser Mann. Du musst mir irgendwie helfen. Bitte, bitte, bitte. Oh, Leute. Wir könnten den Superhelden spielen und ihr da raushelfen. Warte mal. Über dir, da ist so ein Schild. Da steht... Was steht denn da? Da steht... 50 Diamanten. Ich glaube, ich muss 50 Diamanten besorgen, um dich hier rauszuholen. Wir müssen 50 Diamanten besorgen. Anders kriegen wir dich hier, glaube ich, nicht raus. Oh, bitte, bitte, bitte. Du wärst mein Held, wenn du das schaffen könntest. Ich will hier endlich raus. Okay. Wir kriegen das hin. Ich bin sofort wieder da. Bleib hier. Verschwinde nicht, okay? Warte. Wie heißt du überhaupt? Ich bin Lumi, aber wir reden später. Ich werde dich hier rausholen. Versprochen. Hallo? Komm schon. Bist du noch da? Bist du? Da bist du ja. Ich dachte, du hast mich vergessen. Da bist du ja. Nein, ich habe dich nicht vergessen. Und bitte wein nicht. Das macht mich traurig, wenn du weinst. Hast du die Diamanten bekommen? Ich habe zu rumlaufen. Ja, ich habe Diamanten. Ich werde jetzt diesen Automat kaufen. Und dann hole ich dich hoffentlich hier raus. Darf ich denn vorher fragen, wie du heißt? Ich heiße Zoe. Und du heißt Lumi, ne? Oh, Zoe. Was ein schöner Name. Aber sag mal. Was ist denn in diesen ganzen anderen Laubboxen? Da steht auch irgendwas drin. Was geht hier vor sich? Ich weiß es nicht. Das sind alles Freundinnen von mir gewesen. Und wir wurden alle entführt. Oh Mann. Bitte. Wir müssen hier raus. Wir müssen das irgendwas machen. Warte. Ich versuche das jetzt. Hier. Bei den 50 Diamanten aufzumachen. Okay. Seid ihr bereit, Freunde. Eins. Zwei. Und jetzt. Wow. Oh. Warte. Ich habe nur noch 10 Diamanten. Und die Wand ist aufgegangen. Ich glaube... Ich glaube... Das ist wirklich passiert. Komm. Ja. Ja. Du kannst rauskommen, Zoe. Oh. Ich bin endlich geletmet. Du bist mein Held. Dankeschön, Lumi. Oh. Jetzt komm mit schnell. Wir müssen hier raus. Komm schon. Komm schon. Die kannst du ignorieren. Die stehen da schon. Die ganze... Die ganzen... Ekelig. Ja. Komm schon. Sorry. Wie... Du musst mir gleich alles erzählen. Alles. Wie das... Wie das passieren konnte. Wo wohnst du denn hier? Hast du hier ein Haus? Oder... Wo müssen wir hin? Können Sie mich irgendwie retten? Ich habe auch so Hunger. Oh. Ja. Entschuldigung. Ich renne in die falsche Richtung. Mein Haus ist da hinten. Das große blaue. Komm. Falk mir. Oh. Komm schon. Komm schon. Ich habe so riesen Hunger. Kannst du mich vielleicht zum Essen einladen? Oder so? Oh. Wartet. Freunde. Wir haben doch noch Diamanten übrig. Damit könnten wir sie zum Essen einladen. Perfekt. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt essen. Und danach gehen wir mit ihr ins Kino. Ja. Aber verrate das nicht. Ähm. Ja. Äh. Natürlich kann ich dich zum Essen einladen. Äh. Oh. Wie schön. Ich liebe ja Kuchen. Das wäre so ein leckeren Kuchen. Da hätte ich so Lust drauf. Boah. Kuchen. Ja. Also wenn ich mich nicht täusche. Gib's da hinten ein Kuchenladen. Dann lass uns vielleicht doch wieder zurücklaufen. Falk mir. Okay. Du weißt ja was du machst. Anke. Du bist mein Held. Oh ja. Okay. Wir sind gleich. Da folgt mir. Da sind wir auch schon. Das ist der beste Kuchenladen in der ganzen Stadt. Wow. Das sieht so schön aus. Endlich wieder frei. Du bist einfach der Beste. Du bist mein Held. Oh ja. Okay. Setz dich schon mal hin. Ich bezahle kurz. Und hole uns was zu essen. Du hast schon eine Ewigkeit nichts mehr gegessen. Oh ja. Dankeschön. Ich habe so einen Hunger. Oh ja. Oh. Freunde. Ich glaube wir haben endlich die richtige gefunden. Und meine sie könnte meine Freundin werden. Ich meine sie ist auch so schön blau wie ich. Ich bin hellblau und sie ist dunkelblau. Was ein cooles Toh. Okay. Ich kaufe jetzt schnell einen Kuchen. Und dann essen wir in Ruhe. Okay. Da bin ich wieder. Und aufgepasst. Da ist unser Kuchen. Oh. Dankeschön. Das sieht so lecker aus. Darf ich als erstes probieren? Oh ja. Nimm dir ruhig einen Happen. Oh. Oh. Ich hatte wohl ein bisschen mehr Hunger. Entschuldigung. Oh ja. Ist nicht schlimm. Er war ja schlussendlich für dich. Äh. Äh. Du darfst aber auch das letzte Stück haben. Wenn du möchtest. Ja. Ist schon nicht so schlimm. Okay. Freunde. Meinen dir es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Um nach einem Date zu fragen. Ob wir ins Kino vielleicht gehen wollen. Das wäre richtig cool. Sag mal. Ähm. Sorry. Ja. Was ist los? Schau mal. Ich glaube es wird langsam wieder dunkel. Und äh. Ich wollte dich fragen. Äh. Also ich finde ja. Dass wir so gut zusammenpassen. Weil wir die gleiche Farben haben. Was äh. Würdest du davon. Äh. Äh. Davon halten. Wenn wir heute Abend gemeinsam ins Kino gehen. Äh. Meinst du nur du und ich? Wir beide? Ja. Nur wir beide. Ich fand das irgendwie ziemlich schön. Ich würde gerne wieder ins Kino gehen. Lumi. Oh. Ja. Yippie. Yippie. Wir haben ein Date. Freunde. Okay. Dann lass uns direkt auf den Weg machen. Komm schon. Wir müssen direkt ins Kino. Oh. Das wird der Hammer. Boah. Endlich. Freunde. Da habe ich wieder ein cooles Date. Okay. Da werden wir. Schau. Das ist das beste Kino in der ganzen Stadt. Das ist sogar mit einer 3D Brille. Boah. Wie cool. Dankeschön. In welchen Film geht ihr denn? Äh. Ich glaube es gibt 3 Filme zur Auswahl. Äh. Ich glaube auf den Plakaten vorhin. Einmal Transformers. Dann äh. Pastel Furious. Und. Ein Liebesfilm. Boah. Also. Ich würde gerne in den Liebesfilm gehen. Also. Wenn das okay ist. Würde ich. Oh. Ich würde eigentlich den neuen Transformers gucken. Egal. Äh. Wir gucken immer das. Worauf du Lust hast. Du willst also den Liebesfilm schauen. Oh. Cool. Ja. Okay. Ja. Ich finde das immer so romantisch. Ich mag Romantik voll. Äh. Äh. Ja. Genau. Okay. Dann lass uns einen Blatt suchen. Komm. Wir gehen in die erste Reihe. Es ist alles frei. So wie es aussieht. Haben wir das Kino für uns ganz alleine. Komm. Mach es dir gemütlich. Oh. Oh. Warte mal. Hörst du das? Hörst du das drum? Ich. Ich glaube der Film beginnt. Oh. Ich bin so aufgeregt. Oh. Okay. Dann. Lass uns mal. Schauen. Ich glaube es geht. Ich glaube es geht los Freunde. Okay. Oh. Was ist also der Film? Oh. Oh. Ist das süß und romantisch. Lumi. Schau mich mal ganz kurz an. Ähm. Ja. Was ist denn?